So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Magic 2015 Da ich das letzte Wort von dieser Macht hier eh nicht aussprechen kann, versuche ich es gar nicht erst und wir gehen einfach direkt zum zum Kampf zum Krampf So, stellen wir uns doch mal in dieser Macht Mal gucken wie gut sie ist Hab ich mein Deck angepasst? Ich glaube ja Ich glaube ja Wir behalten die Kartenland und spielen eine Karte Ein Mana Ein Land Oder ein Sumpf Je nachdem wie man das jetzt genau betrachten möchte Okay, grünes Deck Kann auch schon eine Karte spielen Aber die Heldin, wir bringen eine Drehtechnung Sie alleine bringt nichts, sie ist einfach nur 0,1 So, sie kann man aber opfern und dann hat man 3-3-Stein Das persönlich gefällt mir natürlich nicht so gut Aber ich kann es auch gerade nicht ändern Ich dachte gerade, die kommt getappt, das Spiel wird schon fragen warum Ich hätte das nicht verstanden schon wieder so ein Tor, ja Genau, kommt gerade mit 0,1 anbettet Du, die, du mir diesen gefahren Du ihn mir So, einberufen Nicht so viel, ich hoffe jetzt irgendwas, was mir lebt Das wäre jetzt geil Und das habe ich gleich ein Problem Sobald es gleich mal mehr hat oder wie verbruchte, ja Sobald es sich einmal mehr hat, habe ich ein Problem Ja, weil sie spart natürlich auch darauf Das ist alles nicht so gut Sie hat man aber mehr Sie wird das wahrscheinlich machen, oder? Nicht Warum nicht Warum tust du es nicht? Die könnte mir sehr hilfreich sein Gleich So, spiele ich jetzt mal 3-2 mit Einschüchtern Sie hat drei Mann offen, sechs Karten auf der Hand Und mich wundert es gerade wirklich, warum sie den Effekt nicht aktiviert hat Weil sie ihn jetzt erst aktiviert, um zu blocken Kleines hinterhältiges Stück Scheiße, Alter Habe ich einen Adjani weniger, Mist Ja, Effekte kann man so immer beschreiben leider Nein, ich lasse ich durch, das ist mir jetzt egal Ich habe einen schwarzen Kreatur mit 3-2 einschüchtern Die kannst du eh nicht blocken Du hast ebenen und dings So, ne Damit ich in Notfall was zum Blocken habe Spricht die Wie viel kostet das? 1, 2, 3, 4, 5 Müsste ich ein Tappen, wenn ich volles Mann habe Der Hinweis Ein Hinweis, ein Hinweis Aber nein, ich möchte jetzt nicht mal einen Monter tappen Um die zu spielen, muss ich zu geben 3, ich bräuchte noch 2 Mann am Meer Bringe eine andere Völker mit Flugfähigkeit ins Spiel und führe dann bevölkern Was ist bevölkern? Warte mal, was ist bevölkern? Fliegen, bevölkern, um zu bev... Um zu bevölkern, beschimmst du einen Kreaturspielstein, den du gratulierst und bringe dann einen anderen solchen ins Spiel Das ist jetzt 2-1-1 fliegende Müsstviecher Ah ne, sie verdoppelt natürlich den 3-3, logisch Da gibt Sinn Da gibt alles Sinn Na komm Ok, 4-6 Die kannst, sag ich mal Dafür bräuchte ich noch mal mehr Muss ich was tappen Ich glaube ich dann 2, 4 Muss doch gar nichts tappen Schädige Nerver Einfach machen bitte So Jetzt habe ich so kleine Marken Und ich hoffe ich kriege nächste Runde Mana Kann ich sie spielen, dann habe ich wieder 20 Lebenspunkte Wäre natürlich ein kleiner Vorteil Und ich habe jetzt auch genug zum Blocken hier Ah Ah, komm Wenn die ins Spiel kommt Kommt Ok, sie holt sich noch einen Vogel Die hat doch einen Vogel, die Dame Oder sie ist gut, du Vögel, das vielleicht auch Gut Gut Du bist kein Mana Aber du kannst sehr hilfreich sein Sehr hilfreich sogar Weiter Äh, ich greife mal mit den beiden an So Er wird wahrscheinlich den blocken Mit dem 3-3er Daraufhin werde ich die spielen Zack Hat er Schlag Dürfte die dann töten Oder sie macht das und mein Monster stirbt Einfach instant Aber gut Aber gut, dass sie es jetzt rausholt Und nicht bei einem Angriff von sich Weil damit hätte sie mich dann eigentlich töten können Das ist aber trotzdem nicht gut Ich habe nämlich nur noch 3 Viecher zum Blocken Weil es scheiße, dass mein Adjani tot ist Das ist richtig scheiße Ja, hol die halt wieder so einen 3-3-4 WTF Die mit ihren bevölkern, Alter, ey Viel zu viele Vögel, die heutige Jugend Ich kriege hier so langsam ein Problem Nächste Runde bin ich dort Wenn ich kein Mana ziehe Das ist kein Mana Was soll ich mit dem Kack Drei, sechs, neun Zehn, elf Ja, in dieser Runde bin ich tot Ich darf nicht angreifen in dieser Runde Wenn ich überleben möchte Ja gut, ich würde noch einen Nebensunk wiederbekommen, ne So Neun Schaden Warte mal kurz Drei, sechs, neun Hier bekomme ich Ich würde mit einem Lebenspunkt überleben Wenn ich das richtig ausgerechnet habe Und es war richtig Bitte ein Mana Ja Ja, geil Aber ich glaube auch, dass eine Mana wird mich jetzt nicht retten Geil Ich habe doch nur ein Mana gebraucht Ein verkacktes Mana Ja, was bringt es mir? Ich muss mich nicht darauf hinweisen, dass ich die Karte einsetzen kann Aber es bringt mir nun mal nichts Hey, mein Benden ist noch nicht fertig Was soll das? Mein Benden lief noch Ja, weil die die Karte eingesetzt hat, ich weiß Du hast nur Glück gehabt, du kleine Schlampe Ich habe aber auch wieder weiße zwei Arjanis draußen und keine verkackte Karte, die mir Lebenspunkte gibt Mal, sowas regt beruf Okay Leute, danke fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Magic 2.15 Ciao